Das ist die Lucky Block Bad Wars Map. Mit vielen coolen Funktionen, wie eigenen Lucky Blöcken, einem Custom-Villager-Shop-System und einzigartigen Loot-Kisten könnt ihr euch in diesem Projekt neue Items erspielen, um euer Team zu stärken und eure Basis zu verteidigen. Aber nicht nur die Basis kann verbessert werden. Auch könnt ihr euch mit den anderen Spielern betteln, Lucky Blöcken eröffnen und so immer wieder neue Überraschungen erleben. Früher habe ich schon mal eine Map gebaut, weil ja die Items, die aus den Lucky Blöcken kommen sollten, nur aus dem Boden gekommen sind. Doch dieses Mal habe ich Technik verfeinert und das Spielerlebnis deutlich verbessert. Wer die Map selbst spielen möchte, kann ihr die Map später downloaden. Wie ihr die Map downloaden könnt, werde ich in einem späteren Video bekannt geben. Nachdem ich nun mein komplettes System fertiggestellt habe, kommt mir das finale Video zu meinem Lucky Block Projekt. Bei diesem werden Ems, der Carcraft-Trollgunde und ich gegeneinander die Map Uncut spielen. Bleibt bis zum Ende dran, um zu sehen, wer am meisten gewonnen hat. Es ist auf alle Fälle ein Like und ein Abo für dieses letzte Video da, um mir zu zeigen, dass ihr mehr von solchen Projekten sehen wollt. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Jo Leute, was geht? Wir spielen heute auf Mot... Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Motios Kanal. Heute spielen wir Lucky Block Bad Wars. Das hat Motios selber zusammengebaut. Das ist bestimmt richtig cool. Also wir haben schon eine Runde gespielt. Das ist richtig cool. Und jetzt spielen wir nochmal eine Runde und das ist richtig cool. Ja, richtig cool. Als Moral. Super, und auch noch ein Unterschied zu dem Bad Wars hier ist. Auf Hypixel ist zum Beispiel, dass man random aus der Runde raus teleportiert wird. Hier wird passiert sowas. Er kann die. Oh, schade. Er ist jetzt absichtlich und dann... Moment, Moment. Du hast noch... Leute, du lagst wie Scheiße, Imz. Gut so. All of, not you. Okay. Okay, all of... Ich seh schon, ich hab die chaoteste Runde eingeladen ever. Okay, los geht's. Oh, da hab ich jetzt richtig Bock drauf, wenn ich jetzt I32 habe. Was? Dann ist die Mo... Warum bist du bei Ems? Mit Duo, oder? Hä? Ey, ich... Ey, was, ich mach alles Duo, ich mach Duo, okay? Da, wo du gelieft hast, wahrscheinlich. Okay, mach Duo, machen Sie. Stark. Sorry. Alles gut. Du bist so atlet. Wir machen Duo. Ich kenne die einfach dauerhaft selber, das passt schon. Nee, nee, wir machen Duo. Dadurch, dass es Speed 18 gibt, ist es auch deutlich dynamischer, das Spiel. Ja. Absolut. Jumper. Man fühlt sich irgendwie so wie in Unreal Tournament. Und nicht wie in Minecraft. So soll das auch sein. Alter, gebotwurtscht damit. Das war geil. Ich hoffe es sehr. Seid ihr auch in einem Team, oder seid ihr alleine? Wir sind alleine. Ich glaube, weil Kahn gelieft hat nochmal im Ladescreen. Und Karten. Wohl er hat es ge... Nein. Alter, was machst du? Hä, warum switcht das jedes Mal? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ja, ähm... Alter. Stört doch jetzt! Mann, die kommen immer auf die eine Taste. Junge, wir sind zwei Sekunden in diesem Spiel. Ich habe mir kein Bett. Ähm... Ich jetzt? Ja. Da wird mich ziehen. Christoph hat mich direkt gepusht. Ems, komm mal her. Ja, warte. Ich respawned grad. Ja, was? Warte. Hier. Eims. Die Sachen haben mir gefehlt. Ja. Nur deswegen gewinnen wir jetzt. Ehm, den will ich hören. Oh nein, da kommt Christoph. Das ist gut, ich bin friedlich. Wie war es mit meinem Bett nochmal? Hast du dich direkt abgebaut? Ja, ja, ich bin friedlich. Ja, ist er auch. Ja, aber sonst. Bin ich friedlich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, äh, silberluckyblock und dem goldluckyblock? Aus dem Silbernen kommen bessere Sachen. Aber kommt, aber gold ist noch besser. Aber silber ist bei mir besser. Nein, gold ist besser. Ja, aber bei mir ist der silberluckyblock. Ey, ich war uns gleich bloß frohnen, mod you. Das ist eigentlich alles lackbasiert, da kann ich nichts dafür. Ich habe darauf keinen Einfluss. Geht so schnell, Alter. Wir können es auch gerne wieder einstellen. Nein, nicht jetzt. Das ist eine Challenge. Oh, okay. Ich will cool, die Frau. Ich bin by the way raus. Ah. Ich bin zu dumm zum springen gewesen. Passiert. Oh, bad job willkommen, Digga. Jetzt hätte ich dich am Modio dabei gewesen. Scheiße, ist der OP. Was hast du da gebaut? Wow, wow, wow. OP, Duckyblock, Bad Wars. Oh, echt, Christoph? Ach, das ist Christoph, seine Base. OP, Ducky, Blöcke sind jetzt aufgetaucht. Oh, da muss ich direkt... Ich kann, komm mal mit. Was? Alles gut, Jungs. Warum kann ich... Plattformen. Nur einmal, komm. Naja, warte, komm. Komm, Christoph, mach dich mal fertig. Telefonen, muss ich gesagt, komm. AHHHHH! Alter, es funktioniert hat. Oh, Mann, ich bin so dumm. Als ob. Geil. Junge, wie ultra geil war das gerade. Hatte ein Steinschwert, ist permanent. Das schreie ich immer noch. Ey, ich bin durch die Knapphorn gepackt. Digga, nein. Er hat einfach Ape-Gut. Alles verloren, Digga. Okay, schön. Also, am besten fand ich immer noch Christoph seinen Schrei. Leute, ich hatte alles, ich hatte alles. Ich hatte, ich hatte drei OP-Goldäpfel. Und ich hatte ein Leben. Mom kriegt Glas. Alter, du wirst nicht mehr retten können. Alter, Christoph. Ach, der ist gestorben. Diese Maus, es fackt so ultra ab, dass es so ultra laut ist. Ich kann nichts für meine laute Maus. Ich hole die neue. Nein, mit der kann ich nicht so schnell klicken. Ich kann es, ich kann es. Ach, der ist schon wieder krühen. Ich hab dir was, ich mach dir was in die Schalker drauf. Das. Nö, die ist rübergeflogen. Ach man. Warte, bin ich jetzt in der Bett? Wir bringen Christoph zu der Bett. Ja. Ja. Mein Bett ist weg, mein Bett ist weg. Juckt. Juckt, Jungs. Ich werde mich jetzt komplett erquitten. Oh. 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 Ein kleines Feeling every time. I can't explain. Wo hast du die Sachen hingehalten, Schalker? Cool. Lagunde fiert alle ein. Mein Lieblings-Trop. Er ist so super. Das ist gar nicht unfair der Entwog oder so. Der kommt gar nicht auf, nein, nein. Welcher? Der wo alle einfriert. Der ist gar nicht auf dran, nein, nein. Er kann, bau du mal unser Bett ein bisschen. Nein. Ja, da kommt es gleich her, ich kenne Weiß, ich kenne ihn doch. Da kommt euch noch eingerannt. Das ist echt egal. Diese Kamera, ich glaube. Ne, ist er rollt. Das ist geil. Ey, ich hab fast Christoph in der Luft hingekriegt. Imagine back to back. Ja. Hm. Wie close war das bitte? Mich ärgert, dass ich direkt rausgeflogen bin, das ist echt... Die Brunnen wird noch spannend. Doppel. Ne, boah. Diese Wahrscheinlichkeit, dass es beide kriegen. So selten. Ey Leute, wir haben uns wirklich gegenseitig eingefroren. Vor allem zeig ich gar nicht. Mann, Motju. Warum ein Brunnen? Ich kann da nichts erfüllen, das ist alles Zufall. Für was brauchst du aber nen Brunnen? Da kannst du Sachen, kannst du äh, ein Item reinwerfen. Wenn du in die Mitte ein Item wirst, kriegst du oben drauf Items. Bühne mal aus. Achso. Das ist so ein Brunnen. So ein Brunnen? Oh Gott. Eigentlich. Ahja. Achso. Ich dachte grad. Mann. Er ist einfach der größte Cheater, den ich kenn. Krass auf oben drauf fliegen Items. Überm Brunnen. Lol. Lol. Was? 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 Du hast halt drei Brunnen getriggert. Mann, zeig mal was du hast. Lucky Blocker. Ich hab das Gefühl, die Sachen sind auch permanent. Ne? Teilweise sind Sachen permanent, ja. Aber nicht alles. Hä? Ich will noch mehr Lucky Böcke holen. Was? Ach, Digga nein. Was? Wir haben nur ein Käfig. Was? Was? Achso. Foll ich dich rauslassen? Oh ja. Ich war nie da. Ja. Wo? Digga. Leute, ihr habt das nicht mal eingebaut? Ja. 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 Interessant zu wissen, ob dann, wenn Kan raus ist, ob auch Ams raus ist, ob dann noch weiter geht. Ne. Eigentlich müsste es ja nicht raus sein. Ja. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ist schon einer rausgeflogen? Ja. Kann es raus. Ja. Ich bin... Äh. Von Falsche aus. Ich glaube. Oh. Nur Gäms ist da. Ernst, du machst es. Ich geh da mal wieder Brunnen. Brunnen durch. Äh. Digga, hast du da nicht runtergefallen bist, Digga. Ich glaube, es ist brutal glücklich. Ey, warum funktionieren die nicht mehr? Weil sie nur einmal funktionieren. Ach sooße. Also Christoph, dann wären sie echt OP. Digga, dann wär's zu OP, Junge. Imagine, du wirfst ein Item rein, es wird gekillt, du wirfst ein neues rein und trägst doppelt wieder. Das wär ja insane. Digga. Dann würdest du das Item clearen, also könnte möglich sein, aber nicht das Item... Ja, das wär trotzdem zu OP, weil du Item spammen kannst. Du kannst dir ein Stack Blöcke kaufen und die Blöcke rein... reinballern. Hi. Uuh. Uuh. Oh. GG. Na, man steht jetzt 1-0 für den Trocken, oder? Ja, GG. Ich hab noch nicht am meisten Tote. Ich bin stolz auf mich. Wir stellen noch kurz was ein, dass wir den kein Speed mehr haben, weil das... Warte mal, warte mal, was ist da passiert hier, okay. Ach, hier kann man Einstellungen einstellen. Jaaa, richtig. Aus. Okay, jetzt lass uns eine weitere Runde spielen. Nicht so. Leute, wir müssen dem Spiel beitreten, sonst startet die Runde ohne euch. Verkundung. Die Häuserzeit ist schon rum. Ja. Leute, das dauert so lange, da mach ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Ah. 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 Hallo auf Moju. Ey, das ist alle Moju rushen. Auf alle Moju rushen. Nein. Ach, haben wir rutscht? Auf seinen Rast. Wer hat Speed angemacht? Wer hat Speed angemacht? Wer hat Speed angemacht? Speed kommt und du kümmerst dich. Ah. Ich kümmere mich einfach um leckige Blöcke. Aber ich kann nichts platzieren. Ich gehe auf Moju. Ja, drinnen kannst du nichts platzieren im Spawn. Nein, ich kann auch beim Bett nichts platzieren. Hä? Jetzt kann ich, okay. Ich kann grad nichts platzieren. Dann warst du vielleicht am lecken. Weißt du, was ich super finde Moju? Beton ist einfach billiger, wie das andere. Ja, ich war... Soro. Why are you always lagging? Why are you always lagging? I'm behind. Yes, Soro, everybody is Kung Fu fighting. I put your... Ey, wo kriege ich Gold her? Du musst den Generator upgraden dafür. Ja, das mach. Dafür hast du einen zweiten Villager. Ja, warte kurz. Ich kann keinen. Ja, jetzt sehe ich das nicht mehr. Okay. Brauchst du noch irgendwas, um in die Mitte zu kommen? Hm, du brauchst noch ein paar Böcke. Nee, du gehst in die Mitte. Nee, du gehst in die Mitte. Ich bin Bett-Einbau-Spezialist-Spezialitäten. Ja, dann brauch ich noch ein paar Böcke. Gibst du, gibst du, gibst du Holz. Äh, gibst du Gold. Danke. Ich dachte, du gibst verkackst. Moju. Ich doch nicht. Wie kommst du darauf? Hä? Ach, und stack dich ein bisschen hoch, sonst können die einfach zu uns überlaufen. Ja, ja, aber ich kann grad nichts platzieren, das ist das Problem. Warum konnte ich auch grad nicht? Ja, jetzt kann ich wahrscheinlich wieder. Ja. Warum ist... Nein! Warum spawnt auf einmal von oben M's hier? Wie, Mann, warum hast du dein Bett so gut eingebaut, das ist so nervig? Ja, ähm, guck mal, du hast es gerade gesagt. Haha, Mann! Ich will doch nur zu deiner Base! Ich will neue Beta bauen! Wer fliegt? Alter, ja? Shit. Ja, ich würde lieber weggehen. Mach ich doch grad. Uh. Ja. Ei, 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 ei. War in der Mitte, aber jetzt nicht mehr in der Mitte. Sagen wir's so. Dieses Bett wird Hotlocks. Kein Imp's der Welt wird da reinkommen. Junge, ich hab so viel geilen Stuff. Nachdem ich auch endlich mal mitspielen darf. Christoph. Ähm. Ich merk jetzt grad erst das Endflüge und so. Wo denn? Der hat sich hier rüber gekauft. Da rüber. Easy. Ich glaub das denn nicht. Digga, wie kriegt man Fallschaden? Mach aus. Ne, verringert den ein bisschen. Ausmachen nicht. Aber irgendwie normalen. Aber wir lassen sich mit Teamen, okay? Die teamen auch mit Teamen. Ich team nicht mit dir. Die teamen du auch? Nein, Junge. Ja, wir sind da verdammt zu teamen. Weißt du das? Ja. Ach ey. Warum packst du da nicht so Mathieu? Ah, der ist auf unserem Bett. Oh nein. Ganz schnell weg. Mathieu, lass mich, okay? Ich lass dich, du lässt mich. Das find ich kein Deal. Doch, dann ist es geklärt. So. Oh. Äh, hier. Das wird bei dir besser sein. Okay, du brauchst die, die silbernen. Die gelben, die schaden dir mehr, als dass die dir was bringen. Scheiße, hier komm ich jetzt wieder zurück. Du musst dann sehr sehr weit rausbekommen. Scheiße, ich muss mich mit Lucky Blöcken rüberbrütschen. Was tue ich schon mal kurz bei dir Blöcke? Ab, Lucky Blöcken. Keine falschen Bescheidenheiten. Du hast es so abgehoben, wie die Kinder aus sind. Was? Nix. Ich hab meistens abgeholt gekauft von uns mit dem Auto. Du musst dir Blöcke holen, keine Rüstung. Haben wir auch Blöcke geholt. Haben wir beides geholt. Sicher. Da fliegt so ein Modju rum. Der fliegt da schon die ganze Zeit rum. Der hat ein Totem. Und alles mögliche. Und ein Diaschmerz. Okay, Auto, du musst mir helfen. Warum kann ich eine Mitte nicht spazieren, Modju? Ich weiß es nicht. Die können sich gar nichts mehr machen. Ah, jetzt. Alter, das war richtig knapp. Ey, ich hab gar nichts mehr. Bitte helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Okay. Ich seh schon wie dieses Video, ähm... Wie? The Highground. Wolltest du mal für uns, ähm... Ah, fünf Diaz-Promo. Achso, ein Dia. Ich? Nee. Okay. Dafür müsst ihr ihren Generator zweimal upgraden, um Diaz zu kriegen. Haben wir schon gemacht. Pass auf, die können jetzt mit drei Zwecken rumkriegen. Hä? Warum kann ich schon wieder nichts platzieren? Weiß ich nicht. Hm. Yo. Yo, yo, yo. Generator upgrade, drei. Sterkere Rüstung upgrade, drei. Könntest du mal, äh, bessere Rüstung für uns holen? Äh, Mitte. Ah, hier. Oder sag mal, wenn du Glas hast. Glas? Lackyböcke. Wer? Wo krieg ich Glas hier? Ich. Aus Lackyböcken. Gut, dann... ganz viele Lackyböcke. I've got a feeling every time. I can't explain. Ich hab einen Spinnreiter bekommen. Wow. Oh. Ich hab mir mal eine Spitzhacke. Das wird, glaub ich, helfen auf der Wand. Ich hab mir jetzt keine Dia-Spitzhacke. Einfach fertig. Nochmal ein Brunnen. Juuu. Die Brunnen sind leicht, aber powered, Mathieu. Ja, ich merke auch. Wir brauchen auch mal einen Brunnen. Es sind so viele Emeralds. Ich hab jetzt auch zwei Dia's, ne? Die Frage, stärkere Rüstung-Upgrade oder gleich Heilung auf der Insel? Stärkere Rüstung, würd ich sagen. Okay. Dann gib mir die Dia. Ah! Alles ist eingefroren! Komm schnell hoch! Danach! Ich hab vergessen, dass... hier allein explodiert. Hat jemand ein Feuerzeug? Ja. Das war nicht für dich. Ja, ich hab auch so. Deswegen brauchen wir Glas. Nochmal ein Brunnen. Jetzt bin ich der Brunnenmensch geworden. Blecky noch mal ein Pertig. Blecky noch mal hier! Auf und bei unserem Bett! Der Endküssel, nochmal ein Endküssel! Ich hab auch nen TNT-Step. Versteht der gar nicht. Lecky. Meine Inst ist bisschen zugemüllt, aber sonst passt es. Kein TNT schießen. Nochmal im Boden. Nein. Ich hab Power. Okay, ich glaub wir haben alle ein- äh, Upgrade. Oh. Nochmal im Brunnen. Das ist glaub ich mein dritte fünfter Brunnen jetzt. Okay. Ja, schön wegst du den Brunnen. Hallo, das müssen wir jetzt nicht... Wer zog die OP-Stuff, das weißt du gar nicht. Sind noch mehr Totems. Hallo, das ist doch... Nein, oh mein Gott, mein... Kannst du mir mal helfen? Warst du überhaupt einmal in der Mitte? Ich? Ja. Ich bin raus. Ich bin direkt gestorben. Oh, ich kann... ah, jetzt kann ich wieder. Äh, hier sind lacke Blöcke. Ich dachte eigentlich, du wirst mir aber anscheinend nicht. Was denn? Entschuldigung, ist die Errüstung? Ich kann halt nicht. Das warst du nicht, Nordkriegtasch. Ich bin halt zu arm dafür. Ist die Errüstung permanent? Ich glaube... Also wenn du es gibt... Ja. Ich habe keine Raketen mehr. Äh... Oh mein Gott. Alter. Hier, du kriegst dir das östliche Emerald. Oh mein Gott. Oh. Wie du sagst, das ist ein Netherite Emerald. Ist doch geil. Nein, ist es nicht. Hier, ich gebe dir mal den Tester. Alles klar. Äh, für dich habe ich jetzt auch die Errüstung. Hier. 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 Ihr habt DIA. Natürlich. Hält er auch schon DIA, Mathieu. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Was? Keine Ahnung. Warum filmen und nix machen? Hä? Fair enough. Der hat gar nichts mehr. Ich frage jetzt, was ist besser? Netherite Axt oder Diamantschwert? Beides gleich, oder? Hm. Also vom Antriffsschaden aber nicht. DIA Axt. Äh, DIA Schwert. Und du, warum? Und du, ich kennst noch gar nix mehr. Warum? Ach du, ein Mod bekommt. Mal. Ah, scheiß auf den. Uiuiuiui. 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 Warum ist eigentlich Han Edmin in dem, in dem, in dem Mess? Alter. Was? Ich hab mich gerade so gesaved. Ich hab eigentlich mit Hanke geredet. Ähm. JA! Roger. Hä? Kannst du mich bitte mal zu dir, Pepeen? Danke. Okay, jetzt kommt DIA Schwert. Kein Speed mehr. Schade. Ey, lass doch, Mottiu. Du bist kein Spieler mehr. Trotzdem, lass mich, hunge. Jetzt ist es wieder langweilig. Geh, Dinger spielen. Geh, hier rüber spielen. Nein, ich schau jetzt YouTube. Geh, hier rüber. Ohohohohoho. Ohohohohoho. Shit. Komm. Ich bin tot. Shit. Ich hab ein Bett. Oh man, ich verkennst das... Wie kannst du nicht sterben? Wie kannst du nicht funktionieren? Was? Ja! Ohohohohoho. Ich hab ein Bett. Ah! Wo bin ich? Leute, ich wohnt auf die Main-Insel, Teppet. Das Spiel rum, weil ich hab gewonnen. Ja, super. Hab du gestorben? Ja. Doll. Hab ich gar nicht gemerkt. Können wir noch eine Runde machen? Meine Hand. Ja. Ich würde noch ein bis zwei Runden vielleicht machen, so. Und dann drehen. Ender Aufnung. Tschüss, Christoph. Ja, Soro. Du hast noch die Hälfte der Zeit. Ems, geh weiter. Ems! Yay! Ihr müsst schnell beitreten, sonst ist die Runde uns vorbei. Nein, ihr ist runtergefallen. Warum hab ich drei Tote? Ich hab auch ne Spiele drei. Ems drei, Motto drei. Komm bitte, ich will diesmal alleine sein. Hi. Ich versteh nicht, also ich versteh nicht warum. Ich auch nicht. Ah, wahrscheinlich wegen dem Multi. Nein, eigentlich müsste... Multi-Dable ist eigentlich... Warte. Aber... Es warnt auch nichts. Warte mal. Weil die Frage ist, ob man an der Farbe liegt, dass eine Farbe... Äh, dass du eine Farbe kannst du vermied hast. Weil die war immer eigentlich... Damit immer dieselbe Farbe ist. Warte, sind wir rot? Wir sind gelb. Aber es sind auch keine Villager da. Das stimmt. Jetzt drüber waren wir rot. Warte mal, ich... Ich setz mal zurück. Sorry. Einmal gutes Equipment. Fever. Finger weg. Bei Gelb geht's dann nicht. Wenn du's einschließt, geht's bei Gelb nicht. Wir müssen die Möppen machen. Wir starten, geht ins Spiel rein. Ich sauge dafür, dass du das nicht mehr tun wirst. Warte, warte mal, lass mal kurz, lass mal kurz, lass ich... Ich mach's nicht mehr, warte. Mann, lass mal ehrlich kurz, bitte, lass ehrlich mal kurz. Ich würde da sehen, hier was ändern, warte. Das ist, das ist was Geiles. Was ist das? Rein da jetzt! Kann rein da! Lol, Mott, du weißt nicht, dass wir's jetzt wieder zurückgeändert haben. Hab's dir nicht zurückgeändert, oder? Weiß ich nicht. Ich kann für mich sprechen und ich hab's nicht zurückgeändert, aber... Es gibt auch nicht zurückgeändert. Für die anderen kann ich nicht sprechen. Schauen wir das jetzt an, warum es sich geht. Und was auch? Ich bin gleich... Bom, bom, bom... Bam, 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 bam... Bam, 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 bam... Bam, bam, bam... Jooo, ich bin auch nicht drin! Jooo, ich bin dabei! Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Ja, doch, ich verspawnt was! Jeepee! Jeepee! Jeepee, aye! Das war irgendwie ein Bug, dass bei der Insel nicht richtig geladen wird. Bum, 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 bum... Ich werde auch mal nochmal drüber gehen, über die Sachen... mit Dampus. Mojo, ich dachte nur viel Spaß bei das Video zu schneiden, gell? Ich werde das größte Uncut machen. Achso, Musik dürften wir nicht machen, ne? Ich wollte gerade Musik anmachen. Nimmts doch eh nicht auf. So? Also ich hab bei mir NTS-Musik laufen. Ja... Egal. So spät kann ich auch noch weiterspielen. Wer ist grün? Deine Mann. Warte mal, jetzt habt ihr ein eigenes Team bekommen. Wer hab ich denn grün? Warum ist dein Bett kaputt gegangen? Weiß ich nicht. Stark. Weiß ich nicht, wenn ich zu lief bin oder so. Ja. Stell mir mal wieder eins hin. Das... ...geht nicht so einfach. Ja. Hat mich gesehen. Oh fuck. Jonas, wie hast du mich gesehen? Ähm... Ich hab meine Augen und Füße überall. Achso, das darfst du. Ich dachte... Achso, ich dachte das wäre Mojo Space. Ja dann ist das anderes. Du darfst natürlich. Okay. Super. Keine falschen Bescheidenheiten. Warte. Warte, was passiert, wenn der Brunnen hier spawnt? Wieso? Warum gehen die Schwerter kaputt? Warum haben die ne Durability? Was passiert, wenn das Holzschwert kaputt geht? Ja, ist kaputt. Hä? Da hab ich kein Schwert mehr oder was? Ja. In keinem Spiel, wo ich je gesehen hab, so. Oh mein Gott. Ja. Lol. Du kannst einfach dein Schwert verlieren. Das ist alles ein Feature natürlich. Ein Bug. Feature. Die könnten wir gerne später ein Bug-Report schreiben. Nee, nee. Alles gut. Oh ja, ich mach den ganz ausführlichen. Gerne. Mit UML-Klassendiagramm. Nein, nein, nein. Soll ich dir noch ein Baum-Diagramm machen? Ja, bitte. Baum-Diagramm zum Beheben der Fehler. Und ein UML-Klassendiagramm, weil die sind richtig scheiße. Okay, gerne. Wie lange streamen? Wie lange nehm ich eigentlich noch auf? Ich hab so ne Frage einfach mal in den Raum geworfen. Bekommt man bessere Drops, wenn man das mit einer Spitzhacke abbaut? Nein, eigentlich nicht. Okay, ich hab bessere Drops bekommen. Kommst du eigentlich dann zu mir und holst das Video ab? Weil ich stelle mich keine 5 Stunden hin und lass das Video hoch. Ah, stimmt, da war was. Stimmt. Ach, kennt ihr euch aus IRL? Ja, nee. Okay. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Aber eigentlich doch nein. Ja, gut. Die wollten sich eigentlich mal treffen, haben sie es aber nicht geschafft. Ja, wir wollten ja ins kommen gehen, aber dann ist er nicht gekommen. Sorry. Aber das ist ja gehen hier vielleicht. Ja, dann holt mich ab. Ah, ne, ich muss arbeiten. Fuck. Würde mir stinken. Echt? Ist nicht auf Gamescom? Ist doch in den Sommerfällen, oder? Kein Plan, wenn die ist. Ey, guck mal. Guck mal. Unterschiedlichen Zeitpunkt. Habt ihr das gesehen, Ems? Meiner's nicht. Okay, kann ich jetzt eigentlich respawnen oder kann ich nicht respawnen? Du kannst schon respawnen. Du kannst nicht respawnen. Wenn du einfach mit, wenn du einfach kurz reinfliegst und dann wieder Items skippst, dann kannst du ja mitspielen. Nein, ich weiß nicht, wie man das System da zurücksetzen muss. Ich weiß, den kann ich ja gar nicht so machen. Du kannst einfach den Spielkurs gewinnen. Oh nein. Oh. Wow. Heiliger Junge. Ich glaube, ein Gewinn gibt Christoph die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Das würde mich gerne mal interessieren. Er ist einfach besser. Ja, das seh ich auch. Daran liegt es? Ich hatte nur diese Maus gehört, dachte so, oh shit. I'm dead. Oh fuck. Oh OP, Lucky Blöcke sind aufgetaucht. Nein. Junge, es ist so am Ende. Er hört halt alles. Hey, natürlich. Spielt ihr ohne Sound? Nein. Ja. Ems Statement. Der Sound sind so leise, den leiser Weg... Oh. Zwei. Ein. Ein Bug-Report wäre sehr sinnvoll. Da könnte ich mich die Sachen noch fixen, bevor ich dann die Web raus schränke. Ich schreibe den Bug-Report über FMI. Ich mag das nicht. Okay. Okay. Ja. Deklarier es einfach. Ich kann jetzt hier nicht mal fragen, Lüfte. Ich schreibe das Video an, dann kriege ich es auch hin. Ich habe so viel OP, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Doch. Kann ich mir echt vorstellen. Nein. Hi. Ey, warte. Ey, warte. Warte, lass mich. Lass mich. Ich bin nur Black Corona, dann geh ich. Lass dich. Wo ist Motiu? Zeig mir, wo Motiu ist. Ich bin tot. Er ist schon weg. Weil du mich gekillt hast. Und wer lebt noch? Ich kann noch. Aber man kann es auf einer anderen Base hier gehen oder mit dir. Du wirst die Dröcke nachhalten und dann geh ich wieder. Du bist in meiner Base? Kill ihn. Kill ihn. Nein, lass es. Ich würde dich auch nicht killen. Ich würde dich auch nicht killen. Kill ihn. Ich habe aus dem einen OP-Lucky-Dock und einen OP-Lucky-Dock rausbekommen. Ist möglich, ja. Nein. Ey, du Picser. Nein, ich bin runtergefallen. Ich Idiot. Bro, wo ist das Bett? Ich habe keins. Oh mein Gott. Natürlich hat er keins. Ja, das wird doch gekillt. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Muss ich da Motiu die ganze Zeit respawnen? Nein. Nee. Kann ich respawnen. Er respawns sich selber. Ja. Gut, Ems mach mal das Spiel fertig, komm. Du klatscht es jetzt. Hm? Du klatscht es jetzt. So easy. Digga, aber auf Backdoor kriegt man so fucking viel Fallschaden. Ja, Ems, ich baue währenddessen deinem Bett ab, ne? Kannst dir Zeit lassen. Ich öffne gerade Lucky-Blöcke. Ach so. Ah. Ja, du bist gerade, weil du halt gerade in meiner Base warst. I see. Kann das denn also Lucky-Blöcke? Diese großen gelben Dinger. Nee, die blauen. Die Scale-Pyramiden. Ja, das sind Lucky-Blöcke. Ja. Ich will auch mit Garns, oder? Nö, es gibt mir auch erstmal was davon. Mhm. Ja. 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 Kann ich mit Lucky-Blöcke? Ne? Das war schon unnötig, Ems. Und tot. Hast du gerade geklatscht? Ja. Hast du damage bekommen? Ja. Ich hatte 9 OP-Gott-Äpfel. Oh mein Gott. Okay. Das war's jetzt auch schön mit dem Video. Eine machen wir noch. Sehr schön. Okay. Wir können auch noch eine machen. Ach, nochmal eine machen. I got a feeling every time. I can't explain. Könnt ihr mal beitreten, bitte? Ja, okay. Bitte macht nur die nicht zerstörbaren Inseln rein, weil die andere geht nicht. Hab ich nicht. Aber Ems ist drin, erstmal Ems. Ems? Hälfte der Zeit ist nur rum. Geh raus. Spiel geht gleich los, hallo. Willkommen. Wie geht denn los in? Fünf, drei, zwei, eins. Okay, wir sind alle da. Ja. Ja. Alle haben ein eigenes Team bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber glaubt ihr nicht, dass es vielleicht ein bisschen zu geisteskrank ist, diese Lucky Blöcke? Die kann ja jeder bekommen. Oh nein. Ich find's ja eigentlich zu underrated. Underpowered. Underpowered, okay. Ja. Also ich mein, die kommen ja ziemlich oft, du kannst sie ja auch selber wiederholen. Dann hast du ja fünf Spots, wo sie spawnen. In der Möp. Ja, trotzdem. Trotz, trotzdem. Weil... Bingo. Ja. Der Shampoo ist jetzt zu anstrengend. Tja. Du wolltest... Ich wollte ihn nicht. Du wolltest 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 nicht. du otto ich gehe zu dir niemand geht irgendwohin brems fast getroffen auf einmal kommt er da angelaufen was weiß ich muss sich jemand mit mir verbünden ich kann sein bett in obsidian einbauen ich möchte anmerken dass der drop gleich wahrscheinlich ist ich möchte anmerken dass sie sind wirklich gleich wahrscheinlich wie erklärst du dir dann dass ich immer er kannst du noch machen wenn du ein totem hast dass wenn du runterfällst oben auf deiner insel wieder spawns schreibt mir die verbesserungsvorschläge auch bis gott dann wird dies noch um danken gerne nein doch hallo ich nervt euch das speed bisschen dass die ganze zeit anders ausmachen mein ich bist du in der lobby nochmal bist du schon wieder weg tot ja eigentlich hat irgendjemand mein bed abgebaut und euch aber du lebst noch also rot wirst du noch leben ich lebe noch aber ich bin nicht klar gespawnt das wird nicht gehen schade marmelade sag ich da nur mach doch bitte wieder speed an gell em mach mal speed an und komm wieder in die runde rein ich habe ihn gerade tp zu mir ey jetzt jetzt ist die dauerhaft aus ja warte das movement ist ultra langsam ich mach wieder an das ist schon ganz klar wenigstens einer mit geschmack ich weiß nicht wie ich in die doppel komm das ist der unterschied ich finde es gut dass die nachricht entfernt das wetter ich würde einfach sagen setze das wetter auf klar aber entfernt das wetter kann man es halt nicht entfernen mhm aber es ist ein nettes gaming mhm ich finde es krass dass man einfach das wetter äh 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 ich hasse ihn ich hasse diesen drop jetzt habe ich die pfeile verloren wichtige pfeile das ist richtig geh dich um du bist du bist runter du 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 bait du 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 ey das ist mein song hiiii was geht ich halte deine schlange zu ich hatte sogar nen totem in meiner hand das wird nicht stinken ja ich weiß ich bin einfach fit wms da reingekleitet kannst du mal auf deine insel gehen tschüss das kostet irgendwann wenn du hier bleibst ich hab auch nicht ich hab auch nicht fall hehehe 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 nooo jetzt ne elytra wäre wieg bababoo du 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 duu gelbes Bett wer ist gelb? Spapapapapapap Hallo Leute, ich hab dreimal hintereinander den gleichen Druck bekommen, das ist krass Back to back to back EmmVous, ich hasse dich Aber wirklich Danke, danke Das ist kein Kompliment gewesen Ey, meinBit ist auch kaputt AAAAAH! Ich hab meine items behalten. Ehre. Okay, ich hasse dich doch nicht. Love you. Ach, ich hab nur einen mit Riptide. Ich hab aus Versehen den einen weggeschmissen. Bis drüben gibt's schon nicht. Nein, was? Nein. So, Mochi, ich bin schon wieder in Lobby, wo mein Bett nicht weg ist. Äh, das steckt da anders. Junge, warum? Hab ich gewonnen, wo? Hey Leute, das war's wieder mit dem Video. Schaut auf Mochi vorbei. Liked das Video. Schaut bei Trollwunder vorbei. War bei Wodka schon dabei. Und dann war's das Video mit dem Video. Und dann würde ich sagen, tschüss. Okay. Einfach so, okay. Ich hab gar keinen YouTube-Kanal, aber gut. Warum? Dann beenden wir halt hier das Video, wenn Amps das so möchte. Danke Leute fürs Dabeisein und fürs Mitspielen. Lass mal bitte. Dass ihr euch das ganze Zeug uncut gegeben habt. Lass mal bitte. Oh, das kann uncut… Das kann Dings machen. Das kommt kein Operator mehr, ich. Nee, mach' ich jetzt nicht. Okay. Dann… Das war's für mir. …im nächsten Video. Tschau Leute. Tschüss! Tschüss!